Willkommen zurück zu Kotlin. Heute ganz kurz nur zu Companion Objects. Companion Objects sind so eine Art Singleton innerhalb einer Klasse, okay? Für die Leute, die Java können, das ist quasi das Static aus Kotlin, denn sowas gibt es eigentlich nicht. Das sind Dinge, die verändern sich immer mit, aber sie können innerhalb einer normalen Klasse stehen. Ein kleines Beispiel ist folgendes. Wir können hier eine Klasse Foo haben. Die tut einfach gar nichts und ist einfach nur da, ja? Sowas wie hier Value, ne, wobei, sagen wir eine Variable. A vom Typ Int ist 42, wie immer. Und dann haben wir ein Companion Object. Das wird mir sogar direkt vorgeschlagen. Companion Object ist ein Wort. Und dann sagen wir hier, okay, wir haben hier eine Val B vom Typ Int ist gleich 1337. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Ich kann natürlich hier auch Instanzen erstellen davon. Das heißt, ich kann hier sagen, ähm, Value, ähm, Value OBJ, sage ich jetzt einfach mal, ist ein Foo. Und das muss ich ganz normal erstellen wie eine normale Klasse. Und jetzt kann ich hier natürlich auch hergehen und kann sagen, ich möchte mein A ausgeben, also OBJ.A. Und wenn ich ein zweites OBJ habe, ja, also eine zweite Instanz von Foo und vorher vielleicht A erhöht habe, ähm, OBJ.A, na komm schon, ist gleich 43 zum Beispiel, völlig egal. Ähm, und dann habe ich hier mein OBJ2 von A und gebe das aus. Ja, das ist ganz normal einfach. Das sind ganz normale Werte. Das will ich euch jetzt nur ganz kurz zeigen. Dann hat natürlich hier, achso, ja. Ähm, dann haben wir hier natürlich einmal 43, weil wir es hier auf 43 gesetzt haben. Und einmal haben wir 42, weil wir es auf 42 gesetzt haben. Dieses A ist pro Objekt oder pro Instanz von Foo unterschiedlich. Aber das B, das kann ich nur einmal haben. Ich habe hier mein OBJ2 noch nicht erstellt. Achtet darauf, okay. Ist völlig egal, wo ich das mache. Ich kann aber hier sagen OBJ.B. Okay, ich kann es nicht sagen, ähm, weil es schon direkt gesperrt wird. Aber ich kann sagen Foo.B ist gleich 1338, ja. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte gerne mein B ausgeben, ja, dann funktioniert das hier einfach nicht, weil ich auf B nicht zugreifen kann. Aber Foo.B ist einfach völlig unabhängig von der Instanz, ja. Foo.B ist nicht abhängig von OBJ oder von OBJ2, denn ich kann ja auf OBJ2 auch nicht B aufrufen. Das heißt, das ist sozusagen eine Klassenvariable. Die ist einfach, ähm, für die komplette Klasse immer dasselbe. Während das Normale, also diese Dinger hier, sind Instanzvariablen. Die ändern sich einfach, oder die gibt es halt für jede Instanz einmal. Sprich, wenn ich sie für eine Instanz ändere, dann ändern sie sich für die anderen Instanzen überhaupt nicht mit. Die interessiert das nicht. Während diese Dinger hier, die sind natürlich auch dann bei anderen Instanzen geändert, beziehungsweise die gibt es gar nicht bei den Instanzen. Also das hier ist automatisch für alles, was mit Foo irgendwie zu tun hat, die haben jetzt ein B auf 1338, wenn ich das hier mache. Okay, ähm, und dazu sind Companion Objects quasi da, wenn ihr Sachen haben wollt, die einfach für die ganze Klasse immer gültig sind, egal und unabhängig natürlich von der Instanz. So, und ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste hier. Das war es eigentlich auch schon, das ist relativ simpel zu verstehen, glaube ich, wenn wir jetzt letztes Mal uns die Objects angeguckt haben. Denn Companion Objects sind sozusagen Objects innerhalb einer Klasse. Mehr ist das wirklich nicht. Und ihr greift darauf zu, indem ihr einfach Foo, also den Klassennamen Punkt und dann den Namen von eurer Variablen habt. Ja, ziemlich cool eigentlich und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.